Hi Leute, also tut mir echt unheimlich leid, dass das letzte Video so lange her ist, aber ich habe euch versprochen, dass das nächste Video über mein Hund ist und ich wollte euch einfach nicht zeigen einen ängstlichen Hund, okay, weil die letzten paar Tage, hey, der kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht, der hatte eigentlich mehr Angst vor mir als wahrscheinlich vor Blitz und Donner, aber jetzt hat sich das geändert und wir sind jetzt wirklich, also noch nicht so, aber wir sind schon fast, also so sind wir schon. Also, er vertraut mir jetzt sehr, er freut sich, wenn ich abends nach Hause komme und daher möchte ich euch jetzt mal vorstellen, Gizmo. Gert's, Möcklen? Ja, was los, ja, was los, ja, was los, mit, ja, 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 was los, Digga, ja, 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 astrologig. dein Stänkchen. Ja, da habe ich dir noch mehr mitgebracht. Ja, feiner Junge. Beziehungsweise feines Mädchen. Ist ein Mädchen. Ich nenne sie trotzdem Gizmo. Weil, hey, es ist doch denen egal, wie ich den hier nenne. Und, naja, erinnert mich einfach an mein damals Brettchen Gizmo. Der war auch weiß. Hat mir immer sehr gut gefallen. Hat mich lieb gehabt. Ich habe ihn lieb gehabt. Und ich glaube, das wird genauso eine schöne Liebe wie er und wie ich damals hatten. Und daher, Gizmo. Ich lieb sie einfach. Okay? Ich mache mich ein bisschen so. Warte los. Ja? Warte los. Warte. Warte. Warte los. Warte los. Warte los. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, mein Hund ist kaputt.